Söööchen, zööööchen, 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 wir sind hier zurück bei AVP3, als der Predator sind wir wieder da und, ähm, wir müssen jetzt die Tür hier öffnen mit der Schlange und dem Facehugger, also wir machen gleich weiter, wo die letzte Episode aufgehört hat und wir müssen jetzt ein bisschen suchen, nein, nein, Scherben, da unten, ja, da unten müssen wir hin, und das hat der Facehugger, und das heißt, das Alien ist links drüben irgendwo, wenn ich den Markierungen vertrauen kann. Ah, ich hab ihn am Fuß erwischt! Kriecher! Ich hab ihn am Fuß erwischt! Krass! Krass! Haben wir dich am Fuß erwischt? Nein, nein, nein! So, und aktivieren! Und auf der Türe, wie das aussieht, auf der Türe! Und da sind sie schon! Nein! Nein! Neh, da ist ja noch einer! Neh, das ist nur die Säure, die wehtut! Wo ist die Säure? Oh, hier ist noch ein Kopf von der Melian! Aha! Okay! Ist mal überaus gut gegangen! Überaus gut! Überall sind die Verzierungen der Aliens, der Facehug und allem. Man kann die Kultur sehen, der Predator, die Geschöpfe zu jagen. Man kann die Wolken auf dem Weg machen, Entschuldigung... Das ist eine Runde! Ah! wird hier nochmal verhaal! Mäher! Time bis zum! Auf, woher wir los? Wäse? Wäse, ich war die ersten bis zum! Oh, wir haben die neue Sicht! Jaaa! Okay, gehen wir weiter! Ja, da drüben sind die Schlangen! Böse Schlange! Fallen, Totschlange! Jaaa! Sieht sauber aus, das Loch hier! Der guten, haben die Schlange oder ne neue Arzt! Nein, nein, nein! Wunschschlange! Naja, laden wir ein bisschen auf wieder! Au! Au! Ich sehe noch ein Trophäengürtel da hinten! Nicht nur! Oh, ich komme noch nicht drüber! Ah, da ist der Trophäengürtel! Voll übersehen! Und dann gehen wir weiter! Oh! Oh, ein Scanner sogar! Ferdetabend, Steal! Skill! Die sind schwach im Nahkampf, die Säure Spucker! Und dann gehen wir weiter! 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 C- Menschen! Ich sehe diese eine Säure spüren! Man kann einen Monat machen! Aber du bist der jemand mit einer großen Säure. Jetzt weiß ich, wie der Zustand fühlt! Ja, aber du bist der einer mit der großen Schlange! Ja.. Aber du bist derialog mit der großen Schlange! Oh, die Sinos kommen Meiner macht! Ich hab nichts gemacht! Nicht meinen Fegers! Na gut! Sind wohl alle tot? Ok, gehen wir hier durch? Nein, ich bin nicht unsichtbar. seht die được! Wir können über Sie nach der Seenos die Flammen gehen Wir können über Sie nach der Seenos abnen Es gibt keine Art und der Schleppel. Wir können über Sie nach der Seenos abnen Hier, hier, hier! Nein, das funktioniert einfach so nicht. Dieser Scheiss. So, und wo war der andere? Da drüben. Ja, ich sehe dich auch. Hier ist wohl ein Dropship abgestürzt. Sehr schön. Oh, die Leute arbeiten hier wohl, wie es aussieht. Vielleicht können wir ihnen helfen. Er ist gut gekämpft, aber hat nicht gereicht. Ah! Ahhhhhhhhhh! I see you! We're on Captain Joe! Up and down! Is that movement? Drop and I fly! Und der nächste! Jo! Eieieieie, Wasser-Tarnung nicht funktioniert! Und hoch! Und weg! Oh, ich hab mich doch gesehen oder wie? Ach nee! Oder doch? Nein! Deine Arme ist ab! Tut mir leid! Oh! 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 Es kommt mir ein bisschen Strom hier wenn das in Ordnung ist. Oh! 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 Und zwar Oh! Oh! Wir müssen ja die Dinger finden, die Aktivierungszeile, wie die da unten. Das hier hat mir auch schon, da drinnen vielleicht irgendwie. Ah, dankeschön. Diese Scanner sind super. Ja, hier ist es. Oh. Hm, ok. Jetzt sind wir reingekommen, oder? Jetzt drehen wir einfach um. Nee. Ok, wo kommen wir hier weiter? Das ist die Frage jetzt. Ah, da drüben, ok. Hier haben wir sie ja. Und da drüben kommen wir weiter. Sehr gut. Der schönste Typ auf mich, ich hab noch gar nichts getan. Hey. Hey. Oh. Ja, die Tür ist auf. Nur dank meiner Hilfe. Oh, jetzt fällt der Kampf Arena eine alte. Hier haben wir noch einen Gürtel. Die Tür ist zugewachsen. Und da oben ist, glaube ich, nichts Gutes mehr, oder? Nee. Nichts Gutes mehr hier. Dann gehen wir runter. Scherben haben wir voll. Gesundheit auch voll. Und jetzt rein in die Kampf Arena. Nichts Gutes mehr. Das ist eine Praetoriana. Nichts Gutes mehr, wenn der Praetoriana ist. Soll ich leibwachen der Königin sozusagen. Ich bin der Sergeant. Der ist Degen. Oh, nice. Unglaublich! Scherben und rein! Au, 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 au! Ja, es ist eine würdige Herausforderung, muss ich mitgesagen. Na komm doch! Komm doch! Komm! Stop, 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 stop! Ja, ledig! So, was bekommen wir denn jetzt? Oh, die Lanze! Okay, dann spielen wir wohl auch wieder weiter. Und ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Die Jagd ist noch nicht zu Ende, meine Freunde, sie ist noch nicht zu Ende. Und danach haben wir auch noch die Marine-Kampagne vor uns. Die schlimmste da wieder. Eigentlich schwach sind. Schwach! Glocke! Sprecher! Jochen rein! Die Polizei! Ja. Sie tobt! Okay, die Kombolanze. Sieht so aus, als werden ein paar Leute hier gekillt. Der Arbeiter trage ich wohl aus. Schwer zu zielen mit der Kombolanze hier. Ein bisschen niedriger, glaube ich, oder? Fast getroffen! Das gibt's doch nicht! Ja, endlich getroffen! Speerweitwurf! Und getroffen! Nächster, bitte! Oh, das ging ein bisschen zweit nach rechts! So, und jetzt werfen! Und, kill! Okay! Okay, sieht unten alles schon clear aus! Sehr cool, sehr cool, sehr gut! Ein Synthet! Und hier sind wir alles gekillt! Mit der bloßen Macht der Kombolanze! Ist sehr gut, muss ich sagen! Sehr gute Waffe! Sehr gute Waffe! Sieht so leider, als wird die Androiden hier ein bisschen arbeiten! Ja! Naja, du kannst auch nicht davon, Androide! Strom haben wir! Aber Moment! Das müssen wir kaputt machen! Immer ins Rotleuchte kaputt! So! Androide! Das klappt nicht! Die sind Theten hier! Naja! Das setzt man gerne ein! Enttaubte Menschen! Okay! Das ist ja nichts Schlimmes, oder? Der killt! Und hoch! Tarnung einschalten! Ah, du bist es! Warte auf mich! Warte auf mich, Freund! Ich brauch dich nämlich noch! Danke! So, wir setzen den Kopf ein hier! Okay! Die Trofei kann uns helfen hier! Okay, aber ich glaube wir machen jetzt hier ein Ende und stürmen nächstes Mal mit der Monorail! Die ist die Basis hier! Okay! Ihr tritt die Monorail! Alles machen wir erst das nächste Mal und wir beenden hier die Episode für die erste und machen jetzt das nächste Mal weiter wieder! Wie üblich, ihr kennt den Drill und danke fürs Zusehen und ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal dann! Ciao!